Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Dogmeat hat eine Fährte von Kellogg, der mutmaßlich zumindest der Entführer meines Sohnes ist. Wir wissen es natürlich noch nicht genau, aber das ist der größte Strohhalm, in dem wir uns zur Zeit klammern können. Und ja, wir hoffen einfach, dass Dogmeat mit der Zigarre, die wir Ihnen gezeigt haben, Kellogg finden kann und wir ihn dadurch stellen können und unserem Sohnemann deutlich näher kommen. Hier in Folge 69. 50. Okay. Nicht okay. Ja. Der Ladebetschen sollte, danke. tschüssi ich war mir auf der weg speichere mal weiter weiter geht's ja und soll mal laufen nicht dauersprint dann gehen meine ap aber den bach runter das will ich nicht weil wenn dann der gegner kommt ist meistens nicht so geil deswegen hast du gefunden oder hast du etwas gefunden ist in san francisco sun lights san francisco sun lights kelloggs lieblingssorte bingo was meinst du jungen kannst du uns weiterführen los du mit na los rosa die zu schienen lang ich hoffe hier kommt nicht ein zug der nach dirgendwo fährt eine anlehnung an eine folge weg ist quest dessen display ich euch nur ans herz legen kann das spiel also keineswegs also da heilige maria hei 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 wow eine legendäre jetzt aber strahlung weiter geht's wie viele rat habe ich schon zwar das ist meine kann ich das nicht nachgucken die pn kann ich nicht nachgucken so genau naja egal das macht nix tja kellogg das nächste mal solltest du keine san francisco sunlights rauchen sondern einfach die spur verlassen dieser zug führt nicht nach nirgendwo dieser zug führt zu dir in ziemlich interessante gefilde hier muss ich gerade noch mal zu sagen was haben wir denn hier aha ein biometrischer scanner wir sind wohl auf der richtigen spur was also wo ist er wohl hin was haben wir denn hier nichts wir haben ja hundi ja hund du stehst genau im weg äh das ist jetzt kacke die würde ein bisschen gerne rein äh ja ich würde das dimpeg vielleicht nein oder nee ja jetzt aber äh die pistole nee aua achso blutige verbände na na so aber unfreundlich oh ne hast du was was ich finde das ist schön so ein äh so eine ja wie sagt man ähm schnitzeljagd jetzt eine schnitzel wäre richtig geil ich werde gleich noch abendessen ich bin mir am überlegen ja was ich bin mir am überlegen das ist auch ich bin wow wann war da hast du richtig guten satzbau also das ist äh ich bin am überlegen ob hier ein verschissener jaugai krüppel ist wuuu ich darf das wort krüppel in diesem äh zusammenhang verwenden weil es ist ja ein krüppel das ist ja nur eine beleidigung ich sag mal für ich sag immer gerne normale normale ist natürlich kannst du aber nicht sagen es ist eine todeskarte nicht wahr ja ähm meine damen und herren ich glaube wir sind tot ich äh äh würde aua wieso wir sind denn denn die granate Ich weiß nicht mehr, worum ich erinnere. Genau, H. Wollte ich über meinen Abendessen reden? Was habe ich denn heute überhaupt gegessen? Ich glaube, ich habe echt nur Kekse gegessen. Doppelkekse, ne? So eine Packung. Also es ist was, was ich gerne mal so für den ganzen Tag esse. Ja, klar. Aber ich würde mir heute Abend noch ein paar schöne... Kartoffel... Rösti. Heißt das? In der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Ähm... Oh, Maria! Ja. Ähm... Ich werde mal ein bisschen Wasser trinken. Hinweis. Was? Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Intelligent. Äh... Hilft uns das weiter? Oh. Ich glaube nicht. Oh, ne. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Ja. Hundi. Aufgepasst. Was kann ich für dich tun? Du musst... Hier. Gut. Hin. Guck dir das an. Hört sich nach einem Plan an. Kannst du? Danke. Und... Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Ja. Ähm... Warum macht der Hund nichts? Hallo. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Äh... Oder ist hier wieder ein Hinweis? Suchen wir... nach einem Hinweis. Schade, können wir nicht bewegen. Ähm... Ich speichere mal. Ein schmutziges Glas. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug gibt, oder? Es gibt für alles eine Verwendung. Das ist nicht das große Problem. Ah, es war einfach nur ein Clipping-Fehler. Das ist gut. Da schlägt natürlich mein... Anti-Bug-Herz ganz hoch, wenn ich solche Fehler natürlich habe, aber... Scheiß drauf. Bugs sind nur einmal im Jahr. Das wäre schön, dass... Das Spiel würde von mir direkt eine 100er-Welt hin kriegen. Aber wahrscheinlich nicht, weil dann ist wahrscheinlich die Steuerung entweder auf... Äh... Ja, mein Freund. Ähm... Es gibt selten... Perfekte Spiele. Battlefield 1 soll jetzt eins werden. Das hat von... Also allgemein kriegt es extrem hohe Wertungen. Und von God is a Geek. Das ist ein sehr gutes... Scenemagazin. Hat es eine 100er-Wertung bekommen. Eine fucking 100er-Wertung. Das hat, glaube ich, vorher nur... Irgendjemand hätte hier einen Mollo geworfen. Ja, gut, dass ich auch nur einmal, ähm... Schieße. Äh... Das hat vorher, glaube ich, sonst nur Krono-Trigger bekommen. Geil. Äh... Wieso habe ich... Äh... Wieso ist hier so nur Strahlung? Hallo? Ähm... Wir sind hier nicht... In der Berliner U-Bahn. Wo man einfach so rumschlagen kann. So. Hallo? Achso, die sind tot. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, was mit dir abgeht, weiß ich nicht. Wieso denn? Wieso? Wieso? Achso, da... Ah... Sorry. Boom. Ah. Aber das finde ich halt echt auch wieder am... So geil anfordert viel. Du hast immer wieder Orte, so wie diese hier. Die halt special sind, obwohl sie wahrscheinlich... Total unbedeutsam sind. Oder ist es ein wichtiger Ort? Das kann natürlich auch sein. Hallo? Ich will jetzt mal den Ort hier durchsuchen. Vielleicht sind hier irgendwelche tollen Sachen, die ich gebrauchen könnte. Äh? Ich weiß gar nicht, ob es schon eine Mod gibt, wo man in jedes Haus rein kann, übrigens. Aber sowas würde ich mega feiern. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Anwendung Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja. Was ist passiert? Was ist hier passiert? Fehler. Bediener verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er hat uns getötet. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Komisch. Sonderbar und komisch. Da hinten ist wieder ein Jauguay. Der mir zu weit weg ist, um ihn zu treffen. Ich weiß, hätte ich auch, äh... Ja, du versuchst auch wieder richtig gut zu treffen, Piper. Also das gefällt mir sehr. Nicht. Ähm. Oder war das? Ich, ähm... Werde dieses Konzept, glaube ich, nie verstehen. Äh... Sorry. Haben wir. Ja. Wird's gut. Dann sind wir also glücklich. Wir sind Mutantenhund. Das ist so. Jetzt nicht so übertrieben, dass ich das ein... Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Berge, die wir nur bei deinem Skyrim fährt, rückwärts hochkommen würden. So. Ach, komm schon. Äh, he, he. Was ist mittlerweile eigentlich mit den DLCs, die draußen sind? Das Max-Level? Würde ich mal gerne wissen. Also mein Kumpel hier, der Philipp, der, der, der... Holty. Oh, no trip passing. Wir sind beim alten Armeestützpunkt. Versteckt er sich hier? Möglicherweise. Ähm... Der ist 93. Also Level 93. Und... Ja. Äh... Man kann angeblich wohl auf 100 kommen. So wie er das sagt. Ist... Äh, der würde mich jetzt auch wundern, wenn man 93 erreicht. Nun würde man auch 100 erreichen. Oder ist es ein unendliches Level? Ich weiß es nicht. Und... Ja, Piper. Das ist geil. Das ist richtig gut. Du bist aber ein kindes, kleines Kerlchen. Yo. So. Na, super. Ich muss mich echt dringend mal wieder entwetten. Das ist... Oh, schrecklich. Also ich meine, es ist ein tolles Konzept, das mit, äh... Wet und das Gesundheit weggeht und so. Weil das hat dann mal endlich eine Folge. Dass man verstrahlt ist. Ich bin in Fort Hagen. Oder Hagen. Ich denke eher Hagen. Und was haben wir hier? Das ist doch ein eindeutiger Eingang. Ja. Das machen wir beide. Und ich würde dabei jetzt mal sagen, wir machen einen Cut. Bis dahin.